Kabel richtig aufwickeln. Hä? Hat Jonas nicht schon mal ein Video zu dem Thema gemacht? Kabel richtig aufwickeln? Ja, im letzten Adventskalender tatsächlich. Aber ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich es zwar gut aufgewickelt habe, aber nicht richtig. Also richtig im Sinne von so macht es der Tontechniker in der Ausbildung. Und weil ich dir das auch nicht vorenthalten möchte und weil das auch ein mega Lifehack mit sich bringt, der dir auf jeden Fall auch im Sommer weiterhelfen wird, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wie werden Kabel eigentlich richtig aufgewickelt? Jetzt. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tja, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender. Und es gibt, glaube ich, nichts Langweiligeres als Aufräumen, oder? Und gerade Kabel aufräumen ist schon eine Sache, die man wirklich, komm, ja, muss halt gemacht werden. Und dann wickelt man halt die Kabel eben auf. Einige machen da wirklich kein großes Brimborium dran, scheren sich nicht um die Qualität der Kabel und sagen, komm, ist aufgewickelt, wenn es kaputt ist, kaufe ich mir ein neues. Andere sagen aber, nee, Ordnung muss sein. Und deswegen schauen wir uns heute mal Ordnung beim Kabel aufwickeln tatsächlich an. Und nachdem ich, wie gesagt, schon letztes Mal ein Video gemacht habe, wie ich die Kabel jahrelang aufgewickelt habe, habe ich mittlerweile geändert, kann ich dir schon verraten. Also jahrelang aufgewickelt habe, kannst du in dem letzten Video nochmal anschauen, falls du das möchtest, zeige ich dir jetzt, wie es eigentlich der Tontechniker in der Ausbildung lernt und hintendran noch den Lifehack. Also schauen wir mal. Wir haben hier ein Kabel und das nimmst du in die Hand hier. Ich gehe mal hier, sodass du es sehen kannst. Ich hoffe, dass das scharf ist. Wir nehmen also das Kabel in die Hand und als erstes nimmst du mal hier unten dieses Kabel rein und machst einfach mal mit einem Swing eine Schlaufe. So, dass du die erste Schlaufe hast. Und wenn du jetzt mit der Hand wieder runter gehst, würdest du jetzt eigentlich die nächste Schlaufe wieder so machen. Jetzt geht es aber darum, wir wollen ja richtig aufwickeln, dass du den Swing andersrum machst. Das heißt, du nimmst die Hand, mit der du das Kabel hier in der Hand hast und drehst die Hand mal um und machst den Swing in die andere Richtung. Dadurch fällt nämlich die Schlaufe automatisch jetzt quasi hier wieder rein und du hast eine gegenläufige Schlaufe gemacht, die dafür sorgt, dass beim Abwickeln das Ganze sich auch nicht vergriesgenattelt. Jetzt wieder Kabel greifen und wieder eine normale Schlaufe legen und dann wieder mit der Hand die Hand umdrehen, einen gegenläufigen Swing machen und schon läuft das Kabel automatisch, wieder ein normaler Swing hier in die Hand und dann wieder die Hand umgreifen, anderer Swing und wieder eine Schlaufe legen und zack, hast du das Kabel sauber zusammengelegt. Und so viel darf ich dir verraten, das funktioniert nicht nur beim Kabel gut, muss man ein bisschen üben, aber das ist relativ zügig so, dass du jedes Kabel so aufwickeln wirst. Der Lifehack ist, das funktioniert auch beim Gartenschlauch. Falls du dich also schon mal gefragt haben solltest, wie du deinen langen Gartenschlauch so aufhängen kannst, dass der verknitterfrei irgendwie hinterher wieder von der Wandhalterung runterkommt. So, mit dieser Technik schaffst du es auch, deinen Gartenschlauch sauber aufzuwickeln. Also dran gewöhnen, im Sommer profitieren und schreib mal, ob es bei dir funktioniert hat. Und falls du dich jetzt noch fragst, was legt der Jonas sich wohl unter den Weihnachtsbaum für sein Tonstudio, dann schau als nächstes in dieses Video rein. Da sehen wir uns dann. Viel Spaß, bis die Tage, mach's gut und... jassu... hehehehe ... ...